Musik Ich möchte dich heute einladen, mit mir eine kleine Zeitreise zu unternehmen. Wir stehen hinter den Kämpfern von König David. In der Ferne sehen wir Jerusalem, die befestigte Stadt. David ist vor kurzem erst als König ausgerufen worden und er suchte jetzt einen adäquaten Regierungssitz. Aber die Stadt schien uneinnehmbar zu sein. Sie war von Jebusitern bewohnt und sie sparten auch nicht gerade damit, die Kämpfer und damit König David zu verhöhnen. Sie sagten, selbst Lahme und Blinde könnten diese Festung verteidigen und David, du wirst niemals diese Festung einnehmen. Wie ist das mit den Festungen in deinem Leben? Gibt es da nicht auch Festungen, wo du immer wieder hörst, die Stimmen des Feindes, die dir zurufen, niemals wirst du das schaffen. Niemals wirst du deine Beziehungen verändern können. Niemals wird deine Ehe wieder repariert werden können. Niemals wirst du zu deinen Kindern einen Zugang finden. Niemals wirst du Depressionen oder Burnout oder finanzielle Dinge oder Sucht überwinden. Der Feind wird dir immer sagen, niemals schaffst du das. Du hast es schon so oft versucht und du hast doch auch schon dies und das unternommen. Aber guck, es hat sich nichts geändert. Niemals wirst du das überwinden. Das ist das, was der Feind über dir ausspricht und wo er auch andere Leute benutzt, die über dir diese Dinge aussprechen. Und du beginnst fast selber daran zu glauben, dass du das nicht überwinden wirst. Lass uns doch mal sehen, was David tut. David stellt sich anscheinend taub gegen diese ganzen Dinge, die ihm die Feinde entgegenrufen. Und gleichzeitig sucht er nach einem kreativen, übernatürlichen Ausweg. Und den gibt ihm Gott auch. Vor der Stadt befindet sich eine Tunnelanlage, durch die David seine Kämpfer schicken kann und sie erobern von innen die Festung. Wie ist das denn mit dir? Wie kannst du denn diese Festung überwinden? Ich habe einen guten Text gefunden im Neuen Testament aus 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir vernünfte Laien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Der Weg, um Gedankengebäude gefangen zu nehmen, ist, dass du nicht auf die Stimme des Feindes hörst. Dass du einen Stopp setzt aktiv diesen Gedanken gegenüber. Dass du dieses Dennoch und dieses Aber oder dieses Trotzdem Gottes von Herzen suchst. Und dass du hineingehst in die übernatürlichen Tunnelanlagen, die Gott schon für dich vorbereitet hat. Die schon in deinem Leben wirksam geworden sind. Und er will dich da durchführen, dass du die Festungen zerstören kannst. Gott will dir dabei helfen. Du brauchst es gar nicht alleine zu tun. Sondern Gott schenkt dir Kraft, das in Anspruch zu nehmen. Dass du diese Tunnelanlage findest. Dass du dieses Übernatürliche, was er hat für dein Leben, jetzt, heute, in diesem Jahr. Dass du das nimmst und dass du damit weitergehst. Dass du die Festungen des Feindes zerstören kannst. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!